Julian Bam hat in seinem neuesten Video auf seinem Zweitkanal Bullion Jam seine bisherigen Einnahmen von diesem zweiten Kanal gezeigt. Für 2,5 Millionen Videoaufrufen und umgerechnet 19 Jahren Wiedergabezeit hat Julian Bam umgerechnet 115 Euro bekommen. So viel verdienbar mit YouTube. Julian Bam hat zum Glück noch andere Einnahmequellen und deswegen ist es jetzt für ihn nicht so dramatisch. Man sagte früher immer so zur Orientierung, YouTuber verdienen pro 1000 Klicks 1 Euro. Demnach wurde Julian Bam mit seinem Zweitkanal 2500 Euro verdienen. Im Vergleich mit den tatsächlichen Einnahmen von 115 Euro ein riesiger Unterschied. Aber nicht nur bei Bullion Jam sind die Werbeeinnahmen so gering. Zahlreiche YouTuber sehen ihre Existenz gefährdet. Nicht ohne Grund nennen Pete's Meet Deast die große YouTube-Krise 2017. Dazu habe ich vor ein paar Tagen ein sehr informatives Video gemacht. Link ist unten in der Videobeschreibung. Was meint ihr? Findet ihr 115 Euro für 2,5 Millionen Videoaufrufen gerechtfertigt? Drück rechts oben auf das i und stimme darüber ab. Wie fandest du das Video? Über ein Feedback in Form eines Likes oder Kommentars würde ich mich freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.